Fünf Dinge, von denen ich mir wünsche, dass Frauen sie über Männer wissen. Für vielleicht mehr Verständnis für das andere Geschlecht. Nummer 1. Kommunikationsstil Manche Frauen werfen Männern ja gerne Mansplaining vor. Der Begriff steht dafür, wenn Männer Frauen etwas erklären zu einem Thema, über das sie schon Bescheid wissen. Frauen fühlen sich durch Mansplaining oft herabgewürdigt und beleidigt, Opfer von männlichem Verhalten. Ich wünschte, Frauen würden verstehen, dass Männer oft einen unterschiedlichen Kommunikationsstil haben als Frauen. Männer neigen dazu, ihre Gefühle und Gedanken nicht so offen auszudrücken. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine Emotionen haben. Auch thematisieren Männer in Gesprächen andere Dinge als Frauen, und zwar von klein auf mit ihren Freunden, mit den Jungs, mit Männern später. Und da liegt es nahe, dass sie diesen Gesprächsstil ohne böse Absicht auch anwenden, wenn sie mit Frauen Gespräche führen. Und sicher existieren Männer, deren Erklärersyndrom auf Herablassung beruht. Oft wird aber Mansplaining als Vorwurf erhoben von Leuten, die Männer einfach nicht verstehen. Ein Psychologe mansplaint uns, sorry, der musste sein, dass die oft leichtfertig erhobene Anschuldigung des Mansplaining nicht nur gegen geschlechtliche Freundschaften behindern könne, sondern man ignoriere damit auch etwas Grundlegendes über die männliche Kommunikation und wie Männer Beziehungen pflegen. Männliche Gespräche sind eher von Wissensaustausch und Empfehlungen zu Dingen dominiert. Es würden oft einfach Fakten ausgetauscht, die gewählten Gesprächsthemen seien eher systematischer Natur. Frauen hingegen neigen dazu, in Gesprächen Emotionen und Menschen zu thematisieren. Seine kleine Twitter-Umfrage bestätigt die Befunde. «Worüber sprechen Sie mit gleichgeschlechtlichen Freunden am meisten?», fragte er die Teilnehmer. Zur Auswahl standen Wissen oder Gefühle. 58% der Frauen sagten eher Gefühle, bei den Männern nannten 93% Wissen als Hauptfokus ihrer Gespräche. Natürlich ist das keine wissenschaftliche Studie und bevor Schnappatmung aufkommt, auch emotionale Themen können natürlich Wissen transportieren. Die Umfrage decke sich laut dem Psychologen jedoch mit den altbekannten Ergebnissen zu systematisieren und empathisieren. Ja, und nun kann man den Männern aufgrund dieser biologischen Unterschiede schlechte soziale Fähigkeiten oder einen Mangel an emotionaler Intelligenz attestieren. Man kann die schlimmstmögliche Absicht hineininterpretieren, dass die Herren im Erklärermodus mit Frauen absichtlich herablassend umspringen. Man kann sich als Frau hartnäckig gedemütigt fühlen. Oder man kann versuchen, Verständnis für diesen Kommunikationsstil aufzubringen und zu verstehen, woher er kommt. 2. Männer können selbstverständlich genauso wie Frauen Gefühle haben und verletzt sein. Es drückt sich bei ihnen oft einfach anders aus. Und darum sollte man Männer auch nicht einfach leichtfertig anschuldigen für Dinge zum Beispiel, wo sie nichts dafür können. Solche Anschuldigungen können Männer nämlich auch treffen und verletzen. Kleines Beispiel, das zum Zeitgeist passt, wenn grosse Teile der Gesellschaft ständig von toxischer Männlichkeit sprechen und Männer als Ganze es für das Fehlverhalten von Individuen verantwortlich machen oder für die Taten ihrer Vorfahren, kann das etwas mit einem tun. Niemand wird gerne verdächtigt, vor allem wenn er nichts Falsches getan hat. Das wäre etwas so, wie wenn wir ständig von Frauen sprechen, die ihren Mann zum Beispiel bei einer Scheidung fertig machen wollen, mit unfairen Mitteln komplett ruinieren, die Kinder manipulieren etc., weil es Frauen gibt, die das tun. Aber deswegen erhalten wir Frauen ja auch nicht pauschal das Etikett «Weiblichkeit ist toxisch» oder «Das Problem ist weiblich». Auch Männer haben Unsicherheiten. In der Gesellschaft wird vor allem der Druck thematisiert, dem Frauen ausgesetzt sind. Männer können aber auch unter dem Druck bestimmter gesellschaftlicher Erwartungen stehen. Es ist zum Beispiel noch immer so, dass grösstenteils von Männern erwartet wird, Ernährer und Versorger der Familie zu sein. Und wenn das umgekehrt mal stattfindet, also sie die Rolle der Hauptversorgerin übernimmt und er die Kinder zur Schule bringt und mit ihnen nachmittags im Park spielt, um ihre Karriere zu ermöglichen, wird er nicht selten schräg angesehen von anderen Müttern, so nach dem Motto «Wie kann er sie nur schuften lassen, während er sich eine schöne Zeit mit den Kids macht?» Ja, so ergeht es tatsächlich einigen Vätern in meinem Freundeskreis. Und wer hier von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wichtig, selbstverständlich ist es an jedem selbst, auf das Urteil von anderen zu pfeifen und damit klar zu kommen, das sage ich ja auch immer wieder bei den Frauen. Es geht mir jetzt einfach darum zu zeigen, nicht nur die Ladies treffen manchmal auf eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Schönheitsdruck. Männer können auch Unsicherheiten haben bezüglich ihres Aussehens. Man spricht ja immer davon, wie Frauen es schwer haben, weil sie ja dem Schönheitsideal entsprechen müssen und das stimmt teilweise auch. Aber das ist bei den Männern nicht gross anders. Sie müssen einfach dem Grössenideal entsprechen. Bei ihnen ist es vor allem der Körpergrössendruck. Studien zeigen, dass sich sehr viele Frauen zu grossen Männern hingezogen fühlen und Männern, die kleiner sind oder etwa gleich gross wie sie und egal wie gross sie selbst sind, von Anfang an gar keine Chance geben. Männer, was wollen sie tun, wenn sie 1,65 gross sind? An dem für Frauen so wichtigen Merkmal, das über Interesse entscheidet oder nicht, können sie nichts ändern. Du wirst nicht grösser. Auch das ist ein gesellschaftlicher Druck, unter dem so manche Männer leiden. Männer benötigen manchmal Zeit und Raum, um Energie zu tanken, um sich aufzuladen. In solchen Momenten ziehen sie sich zurück, werden vielleicht schweigsamer auch und das bedeutet nicht, dass sie weniger interessiert oder weniger engagiert sind. Ja, manchmal ziehen sie sich auch in Männerzirkel zurück oder sie brauchen diese für ihre persönliche Freiheit. Sie möchten dann einfach unter sich bleiben. Und diese Rückzugsorte, die können Events sein, wo Frauen nicht zugelassen sind, wie Zünfte, Rotary Clubs, diese Dinge. Und das hat nichts mit der Diskriminierung der Frau zu tun, wie ihnen ja dann gerne vorgeworfen wird. Ohne die Frauen sind Männer einfach entspannter. Die Gruppendynamik ist anders. In ihrer Anwesenheit hätte die Hälfte ihrer Handlungen oder Äusserungen wohl Konsequenzen. Wenn Männer unter sich sind, spielt das alles keine Rolle. Ja, also wir sind uns nicht so unterschiedlich im Denken und Handeln, wie man meinen könnte, aber wir sind dennoch anders. Und egal in welchem Land, in welcher Kultur. Und es ist schon richtig, Menschen darauf hinzuweisen, wenn ein bestimmtes Verhalten die Grenzen überschreitet, sprengt. Aber ich wünschte mir, mehr Frauen würden verstehen, dass Männer, solange sie nicht einen Frust auf sich und die ganze Welt haben, Frauen schätzen. Natürlich möchten sie eigentlich eine Beziehung. Sie möchten ihre Zustimmung, ihre Achtung, ihre Wertschätzung. Das liegt in ihrer DNA. Sie akzeptieren, von ihnen verführt zu werden. Und in der ganzen Geschichte der Menschheit war es so, dass Frauen von Männern gekriegt haben, was sie wollten, indem sie sie verführt haben, sich in sie verliebt gemacht haben. Du bekommst Dinge nicht von Männern, indem du meinst, ihre Männlichkeit verändern zu wollen oder ihnen ihre männlichen Standards oder ihre Rolle auf der Welt vorschreiben zu müssen. Was du damit erreichst, sie beginnen irgendwann zu rebellieren, ziehen sich in irgendwelche seltsamen Blasen oder Bewegungen zurück und entwickeln da einen kollektiven Frust gegen Frauen. Ich denke, wir sollten dem anderen Geschlecht jeweils seine tendenziell typischen Eigenschaften, solange sie im Rahmen bleiben, zubilligen, anstatt sie zu verteufeln und zu bekämpfen. Damit gehen Frauen nämlich vielen Männern zünftig auf den Sack. Und ich bin mir sicher, das ist nicht ihre Absicht, aber es scheint halt manchmal so. Auf den Moment, in dem sich die Geschlechter statt als Gegner wieder vermehrt als positive Ergänzung sehen, warte ich ganz weiblich mit grosser Sehnsucht. Und ich bin mir sicher, das ist nicht die Geschlechter statt.